möglich möglich traus ihm zu ich traus dem vater echt zu dass er da bisschen auf die ich würde es nicht nennen ich denke mal das sind erinnerungsstücke aber kinder sehen das halt ein bisschen anders gerade wenn du einen verloren hast der dir halt wirklich wichtig ist das ist natürlich immer nicht ganz einfach wo kriegen wir jetzt eine decke hier mit spielzeug kommen nicht weit passkarte nice woher der lob aus warum nicht klingt auf jeden fall nice da kommen wir nicht rein rechnung neugierig das rebuild engine auf 1970 gto das ist geiles auto und wie läuft's adam hat 10 boxes of 19 balls each he lost two balls how many balls does he have now als summe ja aber ich glaube für ein motor ist es noch relativ günstig 188 genau every bought 10 candy bars and gave away all but for so if each candy bar costs one how much money did she spend on her fan six okay if iris had to be in class at nine a.m. and takes thirty three minutes for her to get to school what time does she have to leave is slow susan driving the bus today ja das ist die frage aber theoretisch 8 27 aber das reicht ja nicht aber ich finde die aussage wohl mein zimmer da kriegen wir bestimmt eine decke herkommen ich habe sogar ein laptop nice filmplakat neue nachricht von harsh ideas ich habe gehört du wirst murphy frau lach liegen was musik abspielgerät ah komm mach musik an schau mal was da läuft nichts weil wir natürlich die elizenzierte musik aus haben uns bücher ich künstlerisch veranlagt das sieht aber eigentlich ganz geil aus oder also klar ich bin jetzt nicht so der der maschinentyp also ich bin eher asiatisch angehaucht was tattoos angeht aber an sich an sich cool muss man jetzt nicht unbedingt haben also ich würde es jetzt nicht auf mir drauf meinen aber es ist auf jeden fall interessant gestaltet so ich bin anscheinend sehr künstlerisch oder geil also komm sei ehrlich das ist das ist geil gezeichnet absolut kannst du echt was machen hinsetzen und zeichnen ne ich suche eine decke was denn PS5 ist mir eigentlich ehrlich gesagt immer noch zu teuer das buch bewegen wir mal weg da ist doch bestimmt irgendwas versteckt oh ein altes handy und kondome sicher ist sicher ne vielleicht ein bisschen früh für den kleinen Bruder okay ja sei kein dummi nimm den Gummi definitiv Arbeitskleidung okay wir arbeiten also auch okay ne Haschpfeife ja ja aber du musst als Kind auch mal über die Strenge schlagen dürfen ne du solltest es halt noch nicht maximal übertreiben aber du solltest natürlich auch schon eskalieren können es wäre traurig wenn das nicht geht okay nice ich finde es eigentlich ganz geil dieses dieses offene Verhältnis so schauen wir mal beim kleinen rein okay er lässt uns nicht rein weil weil klassisch ja sein kleinen Bruder darf nur ein bisschen ärgern ringkrankenwagen oben man damn sounds pretty serious should I call an ambulance now before it's too late maybe all I can say is watch out for my costume in three days oh Halloween is gonna be awesome are you going to the party tonight at Eric's house will Lila be there yes 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 and no you can't go teenagers only Sie betrügt dich. Oder sie wird dich heiraten. Machen wir ihnen Hoffnung oder zerstören? Ich würde sagen, ich mag keinen Streit zwischen Geschwistern. Das ist kacke. Ja, kleine Brüder haben immer geheime Sachen zu tun. Ja. Okay. Wo kriegen wir jetzt eine Decke her? Gottverdammt. Läuft da jetzt Musik in meinem Zimmer? Und wenn ich davor bin, läuft keine Musik. Du musst die Kuscheldecke mitnehmen. Ja, und wo ist diese Liebesdecke? Die ist noch nicht hier. Also gehe ich mal davon aus, dass sie unten ist. Okay, da ist nichts. Da ist auch keine Wäsche. Ski-Ausrüstung. Nein. Nein, nein, nein. Da ist nichts. So, und da hinten kommen wir noch nirgends rein. Weihnachtsschub. Ja. Ach, da ist die Decke. Guck mal. Jetzt haben wir alles. Ja. Wir haben auch die Haschpfeife. Ganz wichtig. Ja. Nach dem, was die da alles vorhaben. Meine Schultasche. So, deine Tasche packen. Gut. Dann ab ins Zimmer und gucken, ob wir irgendwo eine Tasche finden. Die Tür ist auf. Jetzt läuft wieder keine Musik. Arbeitskleidung. Da wäre eine Tasche, aber... Oh Mann. Okay. Das ist nichts. Hier war auch keine Tasche. Ne. Meine Schultasche kann ich nicht nehmen. Gibt es hier eine Tasche? Tasche, Tasche, Tasche? Ne. Ansehen. Oh. Gibt es hier keine Taschen? Wollen wir das? Ich finde es geil. Ja, klar. Nein, ne? Gleichberechtigung für alle. Aber... Steine Tasche. Turnschuhe. Keine Taschen im Haus, oder was? Also doch die Schultasche. Okay. Okay. Dann machen wir das mal. Bin gespannt, wer an den Rucksack geht und dann irgendwas passiert. Absehbar, dass jetzt irgendwas passiert. Wobei der Vater eigentlich relativ locker ist. Oh, Lowerboy. Gib mir eine Minute. Gee, where did I put the... Hold on. Okay. Hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else... Ooh la la. Is super cool. Wir sind 16. Wir dürfen uns verhalten wie ein... einfältiger kleiner Junge. Duh. Duh. Why do you think I'm freaking out? She's so super cool. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into you. Sean. I'm done. Look. I made zombie blood. It's um... Corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just the... Just bugging the shit out of me again, after I told you to knock? Yeah, I know. Klassisch. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Ah, komm. Einsichtig. Sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night... Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So why are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Okay. Rumpfuschen. Oh, shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it out. It might... Get your attention. Lass mal gucken. Her hair. Whoa, indeed. I told you she was super into you, man. What do you think she's got to do with me? Huh. You will see. Don't punch it. It's for Halloween. Oh, come on. Herzchen drunter. Oh. Yeah. Maggiere Haare. Okay. That's my brother. Why is Derek Anderson all over Jen's profile? He's an asshole. Better be nice. Leave me alone. Also my dad. Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey. Look at my shirt, asshole. What's the big deal? It's Halloween. Hey. Don't ever touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake bloodshed all over my shirt. Look. I told you. It was an accident. You better leave us alone. Oh, yeah. Go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Us? Okay. Okay, okay, okay. Hm, setzen wir uns für... Puh. Natürlich. Blut ist dicker als Wasser. Ganz klar. Und wir setzen uns natürlich für unseren kleinen Bruder ein. Also, sorry. Eigentlich keine Frage, die ich mir stellen sollte. I don't need him to protect me from you. Oh. You wanna go? Oh, yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Whoa. Sean, you hit him. Yeah. Get inside now. Sean! You're dead meat, bitch. You and your whole fucking family are going to jail. Losers. Oh. What's going on? Daniel, get over here. I'm shot. Did you hurt her? Okay. Okay, step away. Now. Calm down, officer. Shut up. And step back. On the ground. Now. Hey, wait. Ist der ein bisschen doof? This guy was... He started being... My little brother. Now. Hands behind your head. This is fucking bullshit. Oh, no. Sean. What's happening? Dad. We didn't do anything. I swear. Sean. I'm sorry, Dad. Daddy. Be quiet. We want to go home. They're good kids, officer. Don't move. I'm sure they didn't do anything. I said don't move. Nothing. We didn't do anything. It's gonna be all right. On the ground. Okay. Okay, 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 okay. Jetzt ergibt sich... ...der Vorspun. Whoa. Whoa. Wow. Come on. Daniel, come on. We've got to go. Now. Okay. Hey, what the fuck. We've got to go.